Jo Leute, es gibt wichtige Infos. Vor einer Kacki Workshop Video kann ich auch mal nicht machen. Und GGA Video kann ich auch nicht machen. Weil mein Huchten ist so golle Leute. Ich fühl mich da erklärt, mein Huchten ist übelst golle. Und ich fühl mich richtig scheiße. Und hier an der Burg guck ich weh. Ich hab Gruppenhuchten wirklich gar nicht gut. Und ja, der Hype kommt auch mal nicht vor einer Kacki Workshop Video. Wenn es mir besser geht, mach ich wieder vor einer Kacki Workshop Video. Und dann mach ich natürlich auch wieder GGA Video. Über das neue Fahrköpfe reinkam. Aber Kacki geht nicht wie mehr scheiße Kacki. Und ja. Ich muss mich richtig erholen. Ich muss mich richtig erholen. Ich muss mich richtig erholen. Ich muss mich richtig erholen.